Das ist die brandneue G3 Hose, G3 Pant. Die Füsslinge sind aus einem japanischen Neopren, das sehr dicht ist. Das ergibt einen sehr schönen Komfort in der Wärme. Sie sind rechts und links geformt, um auch hier wirklich guten Komfort zu haben. Die Gamasche ist sehr abriebfest. Es ist ein neues Material, das sehr lange lebt und sehr stark ist. Die Beine, hier dunkel, sind aus der neuen fünflagigen Membrane von Gore-Tex. Sie atmet um 25% mehr als alles, was es bisher auf dem Markt gab. Die Nähte sind vorne und hinten am Bein. Innen ist die Warthose nahtlos. So hat man absolut keine Probleme auf der Innenseite mit Abrieb. Der obere Teil hier besteht aus einem dreilagigen Gore-Tex. So ergibt es sich in der ganzen Warthose, dass eine sehr hohe Atmungsaktivität herrscht. Sie können diese Hose auch an wärmeren Tagen brauchen oder auch wenn sie sich sehr viel bewegen. Der breite Gürtel sitzt perfekt auf der Hüfte und sie ist somit sehr, sehr angenehm hier. Zum einfachen Ein- und Ausstieg haben wir hier einen wasserdichten IKK-Reissverschluss. Und zusammen mit dem Gürtel ist es wirklich super einfach, rein und aus dieser Warthose zu schlüpfen. Die Tasche hier ist tief genug und gibt genug Platz, um auch zum Beispiel einen Autoschlüssel oder eine einfache Fliegendose zu verstauen. Die Hose ist 100% in Amerika hergestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017